gut schnell schnitten wir die noch aus da lenken wir die ab mit der Explosion oh haben sogar einen Kill gemacht lauf doch ich hab ihn doch getötet was willst du von mir ich krieg echt die Krise Bruder er steht vor mir ich schieße einen Kopfschuss und er stirbt nicht und wo spawn ich wo spawn ich ich bin so sauer ihr wisst gar nicht wie sauer ich bin stirbt wo ist die andere kiff dich einfach Gott die letzte noch Gott du Hölle Alter Gott sei Dank sind hier schon wieder hunderttausend Leute wieso spielt die Zielhilfe wieder nicht mit Alter hallo die Zielhilfe ist wieder auf halb acht Junge ich krieg nicht die Krise na endlich was wo war denn die Kugel kann bitte mal die scheiße klappen ich kotze mich jetzt an oh Junge es klappt nicht ja geil spielverpackt ist mir egal ich meh euch weg ich meh euch alle weg geht doch einfach weg was schießt mich jetzt von hinten ab oh Junge ich hab nicht mal mit mir die Back ich hab ja auch keine Munition mehr ich hab keine Munition mehr oh nein da wohl heller ober einer noch jetzt bin ich schon mal spinn oh ich hab nur Jetzt bewegt er sich schon wieder. Er hofft sich zu bewegen. Er ist aus der Sichtweite geschoben. Luf dich zu fahren. Oh Gott. Darf ich mich jetzt kurz entspannen, bitte? Ich habe alles eingesammelt. Nein, es schießt immer noch jemand auf mich. Willst du mich verarschen? Ich habe zumindest eine Bandage. Ich darf mich ganz kurz ruhigen. Eieieiei. Hesel. Ich sollte etwas Munition finden. Was macht das Boot jetzt hier? Ich schieße es doch noch nicht. Ja, verpiss dich nur. Dann kann ich den Fahrer auch direkt abschießen. Ich habe gar nicht die Killcam gesehen. Wer ist denn jetzt hier schon wieder? Geh weg! Nein! Stirb einfach. Jetzt kommt der Nächste. Ich brauche mehr Kugeln. Ich brauche mehr Kugeln. Ich brauche mehr Kugeln. Ach. Ist also klar. Gut. Gut. Dann haben wir das jetzt hier auch schon. Brauchen wir noch drei Sachen. Dann haben wir alles. Gut. Aber hier sieht es sehr leer aus. Nein, das ist nicht. Meine Munition ist fast alle. Wie viele sind da? Ach, was ist denn? Verdammt. Kaum noch Munition. Gott. Die Wut hat mich jetzt so krass abgelenkt, dass ich ins Wasser gefreint bin. Ach, Mann. Was ist denn los hier? Ah, Junge. Wirklich so eine Scheiße passiert nur mir. Immer noch diese Mucke, Alter. Sie triggert mich gerade so am meisten. Ey, sieht mich denn hier schon wieder. Drei, vier, fünf, Leute. Ja, geil. Wie oft jetzt noch sein. Naja, sieht mich. Gart hin. Okay, wir springen. Einfach. Los. Springen, 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 springen. Okay, es hat geklappt. Das war risky. Aber hat sich auch gelohnt. Ich muss aufs Dach. Wie hat er mich gesehen? Kommt hier rum. Oder? Was steht hier? Wieso Verstärkung? Au. Okay, ich bin doch hier tot. Komm, ich springe jetzt hoch. Lauf, 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 Karl. Lauf doch. Doch, muss auch noch... Geh weg. Und der letzte Scheinwerfer, was hat er gemacht? Jawohl. Aber jetzt muss ich halt auch noch durch diesen Tunnel hier. Das wird auch nicht einfach. Warte, 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 warte. Gut, geh weg mit deiner Unterstützung. Denn die will keiner. Wer schießt denn jetzt von der Seite? Wo denn? Ach, Junge, das verwirrt mich. Habe ich. Muss irgendwie ins Gebäude da kommen. Hier sieht mich jetzt... Oh, du kleiner Bastard! Mann, ich will nicht mehr. Also wirklich... Wo ist... Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich dachte, es speichert immer bei jeder Sache, die ich geschafft habe. Warum? Warum? Ach, Junge. Ey. Ey. Ey, das kann nicht dein... Hacke da ernst sein. Es muss immer irgendwas sein, was mich nochmal dreimal nervt. Ich hab gleich kein Wort mehr. Echt. Boah, verbiss ich einfach. Guck nicht, wie so ein Eichhörnchen raus... den du nervst. Junge. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich lauf jetzt hier rüber. Ja, schön, dass du jetzt mich gesehen hast. Fast keine Kugeln mehr. So, und rauf jetzt hier. Der da oben nervt. Oh mein, ja. Danke. Gott, hier oben war doch auch noch einer. Okay, ist weg. So. Am besten, ich speichere gleich. Und das macht drei. Gut, ich speichere am besten. Direkt. So. 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 Wer sieht mich? Nee, nee, nee. Okay, alles gut. Alles gut. Zumindest guckt jetzt keiner mit einer Verstärkung nach. Kein Zweifel. Oh mein Gott. Joach. Ich lasse die Partisanen wissen, wo er zu finden ist. How? Are you don't see me? Wer? 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 Wo? Ich seh da keinen. Der Achter hinten. Ah ja, ich hab' ihn gesehen. Wie komm' ich denn jetzt hier weg? Schleichen kann ich hier nicht mal. Gut. Da hinten auch einer. Okay. Ich muss jetzt mit Scharfschützen greifen. Ich steh'n, ich steh'n, ich steh'n, Karl. Kann der Typ da bitte weggehen? Ja. Okay, ist echt. Aber die, die da oben sehen mich noch. Okay, ich mach' ich mach' jetzt auf riskante Basis. Oh. Klappt sogar. Oder? Ja. Ist ja geklappt. Okay. Hier bin ich erst mal safe. Erst mal. Noch nicht komplett. Ja, ja. Der ist da drüben, Leute. Geht da mal lang. Gut, sie sind abgelenkt. Das ist meine Chance. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde heraus, wohin die Lieferung gebracht werden soll. Äh. Was ist hier rüber? Da kann ich hier rauf. Ist hier oben einer? Ja, das sieht sehr nur noch aus. Der Mann sieht wichtig aus. Und hat bestimmt was Nützliches dabei. Nicht mehr lange. Was hat denn hinter Schloss und Rügel aufbewahrt? Da ist ein Safe. Mehr finde ich nicht. Ich muss den Zielhafen dieser Ladung herausfinden. Gerne. Und. Wann? Genau, wonach ich gesucht habe. Jawohl. Oh. Ja, nice. Gut, dann schnell wie raus hier. Ganz ehrlich, mir ist jetzt egal, ob die mich sehen oder nicht. Sag ich, komm hier raus. Was? Fuck, Carl. Raus hier. Ich bin nicht da. Hallo. Ja, geh schön weg. Okay, den hab ich. Jetzt muss ich die alle aus dem Weg schieben. Den hab ich. Renn, renn, renn. Oh, mein Gott. Und das war, glaube ich, der letzte. Ja, nice. Jawohl. Endlich. Ey, das war das schlimmste Level, wirklich. Fällig. Bombardiert den Hafen. Macht sie alle kalt. Oder exportiert sie weg. Meine Stimme ist tot, Junge. Hilfe. Ich kann nicht mehr. Die Missionen der Werft ist der Beweis. Der Bau von Kesslers Rakete muss in vollem Gange sein. Die gefundenen Bauteile lassen keinen anderen Schluss zu. Sicher, wir haben die Operation vereitelt. Aber wie viele dieser Komponenten wurden bereits nach Allagra verschifft? Wie nah stehen die Nazis vor der Massenproduktion der neuen Rakete? Eins ist ganz sicher. Die Mafia hat an der Werft gestohlen. Eine Verbindung, die das OSS gern ausbauen würde. Insbesondere aufgrund ihrer Verstrickung in die Operation Husky, der erfolgreichen Übernahme Siziliens. Weaver möchte, dass ich mich mit Salvatore Dinelli treffe, einem berüchtigten Mafia-Boss. Um ihn zur Zusammenarbeit mit Alliierten und Partisanen zu überreden. Allerdings hat alles seinen Preis. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020